Hallo Leute! Willkommen zurück zum Let's Play von Mountainblade Warband. Wir haben das letzte Mal Eder beschützt. Die blöden Karate Kegi, die kommen von ihrem Reich. So weit nach Emer. Und... ja... Wahnsinn! Okay, wieso mein Lord? Oh, jetzt habe ich nicht gespeichert. Ich werde sowieso siegen. Aber so irgendwie nicht. Haben wir einen zweiten? Nichts. Oh! 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 Sehr schwer mit dem Speer. Vielleicht ein bisschen mehr Abstand. Und... Es ist zum Verzweifeln. Jetzt ist wie immer sehr schwer. Die machen aber nichts Schaden. Ja, wie viel Schaden wollt ihr noch erleiden? Wenn wir das aufladen, das ist so extrem nervig. Ich hab einen Schaden erlitten. Nein, ich werde sterben. Hey, ich hab einen Höher gezielt. Ja, jetzt stirb endlich. Was bist du? Du hast einen Scheater. Er ist sicher, der König oder so. So, er liebt den Soldat und du hast so viel ausgehalten. Gut, endlich, hey. Wir hätten sowas dann sterben. Das ist nämlich ein Sperr-Tournier. Pfeifen. Pfeifen. Ja, sicher. Hey, es regt auf. Hallo, ich will mir nur... Ah, ich will mich nur ein bisschen drehen. Das geht überhaupt nicht. Das Kampfsystem hat einfach seine Marken in grossen... Ähm, ja. Einfach in Tumult drinnen. Hey, jetzt ist es wieder zu wenig weit. Hey, jetzt hör auf, Pferd. Das ist Wahnsinn. Wie die einfach schaffen, die anderen zu besiegen und ich hab keine Chance. Ich würde dich sowas von verprügeln. Hey, das geht hier mal gar nicht. Das ist sowas von sterben. Haha, bocken. Die sollen einfach mal die Konzentration auf die richten. Nur die. Das ist die relativ leicht. Das Scheißt-Tournier. Das ist das grösste Scheißt-Tournier. Wer hat die Regen festgelegt? Das ist ein schöner langer Angriff gewesen. Und das sind 14 Schaden. Muss halt mitlaufen. Das ist noch das Wichtigste. Das Pferd wird wahrscheinlich auch bald sterben. Aber gut. Eine Klingenschwester sogar. Wie ist das so hochlevelige Zeugs? Rang 3. Rang 3. Rang 3. Nein. Oh, 22 Schaden. Hey. Du musst den Speer nicht hochhalten. Du wirst nicht angegriffen oder so. Es geht langsam. Ich hab's wieder draus. Beste Poken schießen. ist mega einfach. Speer ist mega schwer, Luftwaffen sind mega schwer und Schwert ist mega einfach. Und Zweihandschwert natürlich. Okay nicht so viel einfach wegen der Langsamkeit des Schwertes, aber ja, es ist mega unausgeglichen. Da rede ich von Tausenden, also hat sicher schon jeder aufgeregte Spiel gut gespielt hat. Aber wieso haben sie das nicht geändert? Wieso haben sie DLCs rausgebracht? Weil sie natürlich zu wenig Geld verdient haben. Wow. Schön, weißt du? Hey, jetzt hau mal ab. Die schieben mich einfach mal irgendwo hin. Das geht mir gar nicht. Es kämpft ihr zusammen, bis einer tot ist. Jetzt werde ich ganz viel Anlauf nehmen und eins richtig gut in die Eier knallen. Ha! Ich habe ihn besiegt. Mit 32 Schaden. Jetzt habe ich verstanden, wie das geht. Ha! Ich bin Taktisch-Genie. Ich werde genau so es machen. Genau so wollte ich es. Nein, jetzt komme ich schon wieder. Nicht zu früh. Pfeife. Ich mache jetzt so wie beim Gladiator-Film eine Drehung. Und nein! Ja, es wird abgeblockt. So schnell und früh. Genau. Reichweitenprobleme in diesem Spiel? Natürlich nicht. Und ich habe wieder zu tief. Hey, sieht man doch, dass man die Figur trifft und nicht das Pferd. Aber das Pferd bekommt einen Schaden. Scheinbar ist das ein recht guter. Aber ich habe gleich mal Pech. Du ekst auf! Hau ab! Pferd! 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 Es nervt langsam. Ich greife oben an. Versteht ihr? Es ist auch wichtig, als ab dem Pferd so richtig... Pferd! Hey, was ist denn los? Voll broken. Kaputt gemacht. Ich habe das Spiel so richtig in einen Loop von Fehlen gebracht. Ich habe dem Spiel wirklich beigebracht, die Fehle einzugestehen zu machen. Genau wie bei Diablo 3 habe ich auch alle Bugs herausgefunden und immer ausgelöst. Ohne, dass ich es wollte. Und Blizzard so... Nein, wir haben keine Fehler. Wir haben keine Bugs. Wir haben einfach keine Bugs. Jetzt fahr dich irgendwo an eine Mauer. Hey, du Blockwahnsinn. Geh mal kaputt und Shit. Jetzt habe ich wieder mal Schaden. Feigel. Bist du ein Feigel? Die ganze Zeit blocken. Ha! Du Noob! Jetzt ist der so ein Angsthase. Das Shit ist nicht mal kaputt. Das sieht man... Was? Bekomme ich jetzt so viel Schaden? Ich habe zwei Schaden erlitten. Das geht nicht. So wird es nie etwas. Hau ab. Ja, gut. Ich habe mir wenigstens fünf Schaden erlitten. Gott, oh Gott. Das ist ja zu heftig. Ja, jetzt kommen alle auf mich. Null Schaden. Schaden durch eigene Lanzen erlitten. What the fuck? Seit wann gibt es das? Was? So, erleidet er keinen Schaden. Gut, Dani ist weg. Hahaha, verbarkt. Die wollen sich Dinge, aber das Pferd ist im Wege. Ich hoffe, ich werde einen Schaden bekommen. Ich hoffe, ich werde einen Schaden bekommen. Ich dachte, der reitet nicht weiter, aber ist weitergereitet. Wisst ihr? Die... 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 Das war so ein gutes Spiel. Nein, man hat irgendwelche Probleme die ganze Zeit. Tausende fehlen einfach, tausende. Hey... Wir haben alle besiegt. Der beste Finale-Kampf wurde zweit-Halb-Final-Fight 81-Schauen. Ähm, eigentlich wohl... Hallo? Broken, habt ihr das gemerkt? Ich hätte den Sieg geschafft. Ja, jetzt treff... Wenn ich unten ziele, dann treffe ich ihn. Und wenn ich oben ziele, treffe ich das Pferd. Hä? Das brokenste... Turnier. Yes! Aber alles nur Elite-Schwertkämpfe. Klar, dass die die nicht können. Hat sich verbessert. Haha, ich hab wieder Geld verdient. So, ist ein Bauer da. Ach, der Antimene. Alles broken. Ja, so langbadig wäre schon cool für einen Stangenwaffen-Kämpfe. Aber... Ist doch teuer. Wir haben gar keine Stangenwaffen-Kämpfe, natürlich. Ey! Will ich es nicht! Nein, wir kaufen das nicht für die Leute. Gute vergessen! Ist zu teuer. So... Wen haben wir alle von, äh... Ah, sie... Sah von weitem wie ein Mann aus. Wo ist denn da ein König? Halma... Dann beschütze doch mal den, gäh? Immer bitte. Auf dem Weg nach Felucco in den Halma. Und wo ist Halma? Wo haben wir schon wieder Halma? Ich glaube hier oben irgendwo. Hey! Versteht jetzt gar nichts mehr. Halma. Halma nicht irgendwo hier oben. Da. Halma. Und da geht nach Felucco. Also wir müssen unbedingt noch mal kurz nach Emer. Ich habe im letzten Kampf, äh... im letzten Part Eder gesagt. Äh... Ja. Tönt einfach besser. Aber Emer tönt irgendwie so eher nach... Ähm... Islam. Hm. Tönt schon gut, aber... Ja, unbedingt alle... zu Bogenschützen. Also hier haben wir Linda. Ist ja gefährdet worden. Unerträglich. Ach, was macht der Devli an? Wahrscheinlich den schlechtesten... Ge... ähm... Geheiratet. Hm. Ja, so nicht. Danke. Tschüss. Weg. Hm. Hm. Ja, ich will nicht zu viel Krieg machen mit... Geheiratet. Weil die Böse sind dann und mein Dorf immer verheeren. Boah, ich brauche wirklich zuhunder. Mein Hals brennt. Ich möchte gerne ein Feuer in meinem Körper verursachen. So, und das ist wahrscheinlich fast niemandem bekannt mehr. Ist ein Pilz. Was? Ist mir zu erneuern. Ist das nicht der, den wir erledigt haben? Jetzt hatten wir schon wieder Truppen. Ist wahrscheinlich ein anderes. Grafthalber haben wir erledigt, ne. Das war da anders. Wird ein bisschen supporten, gell. Ähm, Heimat haben wir jetzt nicht ernst eingenommen. Ey Gott, oh Gott. Sind die schlecht? Ohne Unterstützung von vielen Truppen Und dann haben wir das eingenommen. Tja. Kann passieren. Genau, Karawanen. Ja, nein. Das geht auch Minusbring. Ich hätte ja Karawanen angegriffen. Wenn ich es nicht bräuchte, hm. Ah, haben wir jetzt noch nicht noch eins. Genau. König Hale aus. Aber das sollte ja bei Loco sein jetzt. Äh, bei Loco sein jetzt. Kurz zu Ema. 35 Tage. Ah, schon wieder ausbilden. Ich sollte es mal ein bisschen lassen. Nur die Schwachen vielleicht hoch ausbilden. Schon wahnsinnig mit diesen Quests, ne. Ja, es sind immer die Armbrustschützen, die halt nacheinander immer wieder Erfahrung bekommen, dass sie aufsteigen. Gut. Ja, toll. Festplatte voll. Gut. Viel zu viele Videos wieder aufgenommen. Ähm, ich bin ja bei Veluka gewesen und habe mich jetzt nach Heimhaber gegeben und dort einen Kampf mit über 100 Leuten, also gegen über 100 Leuten bestritten. Ich habe vier verloren und das waren vor allem die, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, das war nämlich auch eine Karawane dort und die haben auch verloren. Ich glaube, irgendeine Sklaven, ja, irgendeine Sklaven, eine andere, die niedrigeren. Und einer von den swadischen Waffenknechts. Ähm, ich habe kein Level Up bekommen, aber Cherimus und der hat, ähm, eins auf Intelligenz bekommen, eins auf Schild und eins auf, äh, Waffensteck, also das, ja, der Schaden da. Und, ähm, alles auf Nahkampf und, ähm, Ach, sag schon. Nahkampf und Ambrus, genau. Ja, ja, ich habe den Kramok neu anbesiegt. Von dem von Beshmi. Mirchaut. Ok, den Mirchaut habe ich wahrscheinlich noch nie gesehen, weil der nicht da ist, er doch. Ah, ich habe ihn schon gesehen, aber einfach noch nicht Reputation bekommen. Ja. Ja. Ja, mal kurz schauen. Ja. Äh, dann. Devlihan, unbedingt schnell, 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 Devlihan. Schnell. Ich will dich haben. Oh, meine Fürstin, mein Herz, ist der Felsch und Freude, euch wiederzusehen. Ich höre, ihr habt Kramok neu anbekämpft und besiegt. Ich wünsche euch Freude über einen Krieg. Sieg. Er nimmt Emerson Fahr, er will Emerson. Ha, Gott, ja, Gott. Das ist ja der schlechteste Erlauber. Ja. Graf Kleis. Alle freuen sich. Ja. Gut. Also, jetzt haben wir nur noch dieser Quest. Oh, da ist er, naja. Pfff, Pfeife. Keine Chancen dieser Leute. Keine Chancen dieser Leute. Ich kann nicht kämpfen, wenn meine Soldaten im Weg sind. Eieiei. Jetzt sind alle bei mir plötzlich wieder. Eieiei. Wieso, jetzt bekomme ich so viel Fluss denn? Ey, wieso? Wieso denn? Wieso sind die so gut? Wieso? 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 Ob cDees eigentlich試ktjan kregen? EieI nur ein bisschen besser aufpassen würde. Ich hab' ihn nicht für ... ich hab' ihn nicht erreicht. Nein, gar nicht. Er ist schon mit mir rein gerieten. Ey, ich hab einfach zu langsame Waffe Ich brauch eine schnellere Waffe Danke, hab ich das Pferd auch noch in zwei Hälften geschnitten Na, jetzt werden sie sowieso Jetzt verlieren, es sind nur noch wenige Ja, nicht in den Baum reiten Hm Ja, Armbrustschützen wird dran, Armbrustschütze, Klingenschwester Schauen wir uns noch ein bisschen an Wir sind hier am besten auf der Seite Ob es so, dass ich nicht angegriffen werde Sonst wehre ich mich Allein schafft es wieder nicht zu überleben Hau ab Sterbt jetzt Hey, Pöser Sollst du mich nicht mehr im Galopp reiten lassen Ja, sicher Immer diese Noobs Fliehen so schnell So, und die Schreide natürlich Mame locken Prima Ja, schon wieder leer Schon wieder nichts mehr Zerfetzt Brauche ich doch nicht Ich zerfetze halt alles Super Ja, dann ist der Part Leider auch wieder zu Ende Ja, schade, dass ich den Unterbruch hatte Wegen Weißplatten-Ding Aber das ist meistens wegen den Videos Die ich noch aufbewahre Und ähm Ja, ich habe eben das Scheiß-Programm Wo das man immer wieder macht Dass man manchmal Werbung reinbekommt Und so Ähm Free make da Schön Also, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder Danke, oder? Tschüss